Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Shoreline, da war ich mit der AUG unterwegs und das Ganze in der Nacht und ich musste ein paar Kills machen für eine Daily und ich habe die AUG da ein bisschen wieder für mich entdeckt. Ich muss sagen, das ist echt eine gute 5-5-6-Waffe, sehr wenig Recoil, sehr gut zum Sprayen und schießt sich eher wie eine SMG als eine 5-5-6-Waffe. Ich kann es bloß empfehlen, probiert sie mal aus und ich hatte da schönes PvP im East Wing und einiges an Loot, wie es halt so ist auf Shoreline und den Raid wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Kann ich Bagger fahren? Ja. Ich hasse diesen Spawn. Ich kann so ziemlich jede Baumaschine fahren. Grieche, vielen Dank für das Vorbekommen. Ich hab bloß drauf, dass hier unten einer auftaucht, ey. Von Barracks. Es gibt einen Unterschied zwischen Bagger fahren können und die Bagger beherrschen. Das ist absolut richtig. Wie Bagger fahren geht, das ist relativ einfach. Aber wie man diese Maschine wirklich beherrscht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Fuuuck. Gerade abgetaucht. Und selbst servus. Bagger fahren macht Spaß, ey. Aber Baggerfahrer sind letzten Endes die, die das Geld verdienen, ne. Umso genauer ein Baggerfahrer arbeiten kann, umso besser ist es. Umso weniger musst du nacharbeiten. Und das ist die Kunst. Ich bin auch glücklich, das ist vor, mich zu hören. Bei mir, ja, passt eigentlich, ne. Ich fühle mich recht gesund. Könnte schlimmer sein. Lichter aus, ey. Ach shit, ich hab keinen Penkeler dabei. Oh shit. Er hasst mich. Ich glaube schon, dass ich noch Spawns hab, aber gesehen hab ich sie da auch schon ewig nicht mehr. Damit hat er nicht gerechnet. Ich glaube schon, dass er was gehört hatte. Aber, ähm, er hat's halt probiert, ne. Hey Bro, Loki, servus. Kann man schon aus, ja. Ja. Man kann da hochvolten und man kann auch wieder runter, ohne Schaden, genau. Futter hier, ey. Dafür, dass nachts ist, ist hier ganz schön was los. Den Todeslauf, naja, das Problem ist, du wirst halt da auch gesehen, ne. Nein. Ehm. Und... Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob das zwei waren. Ich weiß nicht, ob das zwei waren. Ich weiß nicht, ob das zwei waren. Kleine Ratte, ey. Natürlich kommt da ein verdammter Scav und versaut mir alles, ey. Ich weiß nicht, ob das zwei waren. 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 Es waren echt zwei, ey. Das Ding geht echt gut. Kann ich sagen. Zum Headshots machen. Hätte ich gedacht, dass es zwei sind. Er hat sich echt hier drin geflickt. Oh no, ey. Nicht nur. Sepp. What the fuck, danke schön für 10 Gegiftete und 65 insgesamt. Danke für den fetten Support. Leute, kann ich ein bisschen Ding-Ding-Ding-Ding-Ding und Hype sehen. Danke für die 10er-Bombe. Danke für die 10er-Bombe. Hier geht's ganz schön ab. Das waren Spieler da draußen. Danke für die 10er-Bombe. Danke für die 10 Gegifteten. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 3. 5. 6. 1. 6. 6. 9. 10. 18. 10. 20 Tick in Schreie. 21. 21. 22. Okay, das ist ein Schiff, Gott sei Dank. Was hat die? 50? Der Seiker-ASR ist gar nicht mehr so gut. Alright, also flicken sollte ich mich vielleicht auch noch, ne? Aber ja, danke für die fette 10er-Bombe. Okay, war erstmal abgebrochen. Dann gehen wir erstmal den draußen looten, würde ich sagen, der liegt nämlich auch noch da. Hatten, äh, gutes, wie heißt, gutes Nightvision. Haben wohl einige die AUG-Quests, ich habe heute schon einige AUGs gesehen. Ist das ne Quest? Jaja, dass ich mit der AUG-Leute halt kill, ne? Oh, Nasik. Oh Gott, ey. Ja, das sind so viele Scaves, ne? Wenn ich den jetzt hier mal sehen würde, ne? Ja, genau. Boah, halt die Klappe, Mann, das gibt's doch nicht. Nervig, ey. SC Frame, vielen Dank für den Prime. Im vierten, willkommen zu den Abo-Falle. Okay. Danke, dass du Primer mit lässt. Drittwichtig. Sorry's up. Wie geht's? Servus. Oh, ne John-Beta-Brille, nice. Wieso ist'n der Vollmann? So, hat ein Bein, okay. Erste Frame. Ich glaube, das ist noch weiter weg. Das ist die zwei, was haben wir hier? Fünfer Plate, ne, vierer Plate. Das hier? Fünfer Plate. Nehmen wir zumindest die Fünfer Plate mit. Hat es mit einem Twitch-Fadon Plus gekloppt? Ja, ja. Läuft schon seit Oktober. Habe ich den 70-30-Anteil. Wir sollten hier langsam weg, die Player's Guest kommen. Okay, das soll mir erstmal egal sein. Wann bestehe ich meinen dritten Lambo? Ah, ne, ich brauche keine drei Lambos. Im Moment ist so, mein Bentley und mein einer Lambo reicht mir. Oh, ne, ich brauche keine drei. Danke für den Primer im Elften. Willkommen zur Genaubefalle, danke für den Support und Servus, wie geht's? Danke, dass den Primer am Ende ist. Looten wir hier schnell noch das Wichtigste durch und dann ab geht's. Den zweiten vorne, den hab ich schon gelootet. Oder? Wir schauen uns nochmal hin, aber ich glaub ich hab den schon gelootet. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Fähre, Scheiße Luxe. Oh Mann ey. So. Jetzt tut mir hier noch das Wichtigste durch und dann raus hier. Jetzt wird mir hier eindeutig zu voll. Alles XP? Na ja. XP ist nicht so wichtig. Red Keycard wäre es jetzt nur gewesen. Ah, hier ist ja nix. Prime und dann Tier 1 drüber zu haben. Aber ich glaube, der Tier 1 zählt erst, wenn der Prime dann durch ist. Und so. Na gut. Ähm. Ja, wir packen es. Shit, muss ich jetzt echt mühlen? 50 Kilo. Hier schau ich fast in den Kisten rein. Ah, Gewohnheitssache. Weil, weil. Okay, wir müssen weg hier. Kein Bockerzähler auf den, auf den Scaf-Player-Fight, ne. Ah ne, ich muss nicht mühlen. Kann schon was los hier. So viele Scaf-Player aufs Schollern, hatte ich noch nie. Hey, Prinz Karl. Hey, Black Series. Nee, nee, nee. Der PMT haben es auch, der liegt mitten auf dem Feld und es sind lauter Skep-Flayer hier. Scheiß werde ich tun. Ich habe jetzt leider meine Settings nicht umgestellt, also nicht so wild. Oh, so ist mal okay. Ohne Mist, ey, Skep-Player-Party noch und nöcher. Hatte ich noch nie auch schon allein. Irgendwann holen, ey. Habe ich jetzt der Sniper-Skip? Ja, genau. Oh, shit. Ich bin so aus dem Tod. Ich bin so aus dem Tod. Oh boy. Ich sehe die nicht richtig hier. Das ist echt gefährlich an der Stelle. Ah. Na gut. Aber raus. Aber raus. Passt. Ah, wisst ihr was, Leute? Oh, hallo YouTube. War doch mal wieder eine lustige YouTube-Runde. Kann auch noch mitarbeiten. Ein paar Kills. War jetzt nicht die Welt. Hier der da. Die da. Guter Balkon-Jump. Und das Ganze in der Nacht. Macht mal hallo YouTube. Na gut. Ah, der hallo YouTube-Span hat aber auch schon mal besser funktioniert. Hat auch schon mal besser funktioniert. Uh-oh. Auf Wiedersehen. Tale balls. Wir bacon